ja hi ja wir fahren nach polen heute zu oma und opa fahren und da gibt es ganz viel eis essen und leckerli und dann fahren wir zum tigi wo giju piju auch ist und da und leckerli und nach polen fahren reagiert doch mal was kastelek fahren wir zu oma opa kriegst du da fein leckerli und danach fahren wir zu tante ja und zu giju piju ja feiner hund bist du